Hallo meine Freunde der gepflegten elektronischen Unterhaltung, wieder zu einer Runde... ...wo, wo, wo... ...einer Runde Aliens Vers... Predator, auf der Seite des Predators Dark. Und, ähm, hopp, wir haben vorhin das Pred-Alien einmal gesehen, kurz. Und, ja. Äh, uns ist es jetzt die Aufgabe, nicht das Pred-Alien zu erledigen, sondern die Menschen hier aufzuhalten. So, haben wir hier noch irgendwo ein Lichtquillig ausmachen kann? Nein. Ne, da will ich jetzt grad noch nicht hin. Da kommt einer. Der andere? Kommt nach. Okay. Der andere kommt da grad runter. Habe ich keine Energie? Wie? Wo seid ihr denn? Okay, du hast es so gewollt. Du hast es so gewollt. Ich wollte es nicht. Hm, keine Ahnung, warum es jetzt geklappt hat. Ach, egal. Ich glaube, ich habe irgendeine Taste nebenbei gedrückt. Ich glaube, ich habe Strick nebenbei gedrückt. Naja. Egal. Und, ähm. Ja. Zu den nächsten Projekten. Da habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht mal die eine oder andere Reihe mal komplementiere. Zwei. Okay. Komm mal. Wo ist denn? Da. Ach. So, sterben. Der andere tot? Nö, der lebt noch. Zieh ihm den Kopf ab. Oh, komm. Du bist schlecht im Zielen, weißt du das? So. Hast du davon. So, kann ich das Lichtchen ausmachen? Jawoll. Ich mag das Licht nicht, weil im Dunkeln sieht man uns, glaube ich, getan schlechter. So, wenn es wäre, das ist logisch. Aber Spiele und Logik, das ist ja so eine Sache für sich. Hm, ich möchte gleich nochmal, ich trinke sehr viel Wasser zurzeit. Ich habe heute schon 1,5, ähm, 1,5 Liter Wasser getrunken, reinfilzt mit einem Hauch Zitrone. Weil ich kriege, ähm, in einer Zeit bin ich einfach so Wasser ohne Geschmack so dermaßen einfach über. Dass mir das, dass ich froh bin, wenn ich mal so ein bisschen was mit Geschmack drin habe. Hm, ich habe ja, ihr wisst ja alle, dass ich, ähm, ein kleines, aber mittelschweres Gewichtsproblem habe. Und ich war auch schon bei diversen Ernährungsberaterinnen, oder bei einer genauer gesagt. Und, oh. Oh. Und die sagte mir halt, ähm, dass das bei mir jetzt daran auch liegt, dass ich ja natürlich über Jahre nur dieses Zeugs mit Geschmack getrunken habe. Und daher ist das, ähm, ne, daher kommt das, dass ich, äh, schnell dieses Wasser überdrüssig bin. Deshalb hat sie mir damals empfohlen, dass ich so eine Saftschorle machen soll. Und, ähm, ja, die schmeckt mir auch nicht, weil durch die, durch das Wasser wird der ganze Fruchtzucker, ähm, aufgelöst. Was ja auch an sich gut ist, aber dann habe ich die ganze Säure noch dran, wenn ich zum Beispiel das mit Orangensaft mache. Orangensaftschorle. So. Hoppla. Ach, verdammt, der hat mich gesehen. So, stepp. Dankeschön. Gut. Hm. Ja, und deshalb habe ich mich jetzt hier für dieses, ähm, Leinfelsquelle mit Lemon entschieden. Und da habe ich wenigstens ein bisschen Geschmack und deshalb geht das dann. Ich muss auch viel mehr trinken. Aber das ist ja, das soll jetzt nicht euer Problem sein. Ich habe, ähm... Übrigens ein, ein, ein Kommentar bekommen von jemandem. Ähm... Der hatte mir gesagt, ähm, 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 dass die Qualität, auf, wenn ich, äh, wenn ich, äh, unter 480p bleibe, äh, auf 480p bleibe, äh, dass ich dann wahrscheinlich keinen mehr Zuschauer kriegen würde. Da hat er grundsätzlich mit Recht. Das habe ich ihm auch in den Kommentaren geschrieben. Aber ich, ähm, verweise ihn soweit dann auf, ähm, den Kommentar zum Part, äh, 31 ist das glaube ich. Ähm, und, ähm, ja, da wird auch erklärt, warum das vielleicht alles immer so ein bisschen milchig hier ist. Oh, na. Zack. Zack. und die frage ist natürlich auch will man noch mehr zuschauer haben oder ist man quasi zufrieden mit dem was man hat ob man nur noch verwalten will ich denke auch in anbetracht des fortschritts den das let's play auf youtube hat kann man fast schon gar nicht mehr von einem aktiven wachstum sprechen sondern mehr nur noch so von einem verwalten aha hier kann ich ihnen auslösen okay die leben natürlich das ist ja super gelaufen warte mal kann ich das licht ausmachen würd gern das licht ausmachen dankeschön und das hier auch einmal darüber ok sind offenbar jetzt da weg ah da oben ist was die aliens helfen mir gerade aus dieser lage zu befreien wo ist das denn ach da ist noch ein engel die schlangen haben wir denn noch da haben wir noch einen und kontrolle cyber breaker ach schön ja meine nächsten projekte kann ich vielleicht auch mal sagen ich werde anfangen rein zu kompletieren welche reine sind das verraten könnte ich jetzt schon verraten ich werde auf jeden fall den laptop interessiert das einfach mal nicht der so männlich der laptop ich werde auf jeden fall die die reihe medal of honor weitermachen da fehlt mir ja noch airborne ok hier kommen wir nicht rein ach hier waren wir als alien auch schon ja ich erinnere mich medal of honor airborne dann werde ich später noch die monkey island reihe weitermachen ich hatte ja als ich hatte ja als das schon als stream gemacht und jetzt fehlt mir halt das noch oh god kann ich da rein okay ah verdammt hat mich gesehen ja zieh an der seite raus ach so ich hab direkt getiltet ok so todesgriff macht er schneid ihm halt das gesicht ab ok alter dramatische musik soo sideback breaker was war das denn ach da ist ein alien vor mir na na zappel hier nicht so rum ach komm her ach komm her ne vergiss es vergiss es kleines alien so erstmal heilen und ähm ja aber da ich ja monkey island gerade erst frisch im stream hatte werde ich äh monkey island erst hinten dran stellen weil das spiel jetzt noch zu frisch im kopf ist kann man helfen äh aber da oben ist noch ein trophäer den will ich noch haben den gürtel dankeschön äh da gibt es noch energie energie brauche ich aber nicht obwohl ich schalte mal hier einfach alles ab super super ich lade grad auf lass mich in ruhe wo ist es denn da ja ja so ähm brauche ich nicht aufladen gibt es hier sonst irgendwas interessantes äh die händen nur das hier vorne dann haben wir alles gut dann können wir jetzt weiter gehen ich muss auch einen schnitt machen und sage suchen sie den nach dem elite prater und sage bis neulich bis neulich